Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal äh wir spielen Survival Games auf dem Gomez-Server und dabei sind Tobi, Flori und ich Krix, nein, normales Survival Games Was, ich bin in der Aufnahme, ich bin in der Aufnahme! Hey, wo seid ihr? Ich seh euch nicht! Ach da, oh! Hey, bist du die Dummeheit von Flori übrigens? Ja, hab ich! Ihr drei habt bei mir... Nein, das Wichtigste ist, dass ihr beide bei mir ins Gnabde, das habt ihr. Okay, Tom, ihr geht beide in die Mitte, ich schnapp mir hier hinter uns die Kisten und dann laufen wir da hinterher lang. Okay, machen wir. Ja, das sollte man schon richtig schreiben. Habt noch Holzachs! Ähm, ja, ich hab sie nicht gekriegt, aber... Junge, ich hab das gar nichts gekriegt. Okay, wo seid ihr? Kommt mit! Ja, wir kommen! Ey, da! So, komm! Ey, ja, jetzt gehst du da rum! Pff! Ja, da wollte ich... Also, ich hab auch ne Holzachs, ich hab auch ne... ne, den Dia hab ich nicht bekommen, schade, aber ich hab zwei Teile. Egal, komm, kommt mit! Ja, ich bin ne Katorben! Ja, leider. Ist scheißegal. Komm, ups, eh, scheiße. Haha. Oh nein, die Schulzeit ist zu Ende. Ja, komm, wir müssen aufs Boot, so schnell wie möglich. Ich hab aber ein bisschen Angst, dass es nicht hinter mir... Flo, bis zu hinter mir? Achso! Kommt! Da kommt jemand Uncooles! Mit ner Holzachs! Oh Gott! Sollen wir den töten oder ne? Kommt, Tobi, wo bist du denn? Ah, da! Ah, come on! Ja, das Schiff! Da kommt einer! Genau! Ja, ich bin der beste Springer gerade, einfach nicht gesprintet. Alter, Leute! Wartet! Wartet! Gut, ich bin auch oben. Hier, ich hab ne Lederjacke. Für dich. Ja, ich mag Lederjacken. Die sehen immer gut aus. Wo ist die? Die liegt da. Wo? Vorsicht hinter dir! Da ist einer mit dem Holzachst! Da ist einer mit Meisenschwert! Oh, Telefon! Einer mit Meisenschwert! Oh, oh! Lass den killen, Flo! Wo seid ihr? Ja, ich kann nichts machen, ich geh eben ans Telefon! Okay. Oh Gott, scheiße! Versucht mich zu beschützen! Oh Gott! Mach zu! Ich geh auf den! Tom! Ich sterbe! Ich seh noch nicht mal wo der ist! Ich hab den mit Meisenschwert! Lol, nice! Ah, da bist du! Dann gib mir mal ne Waffe! Oh, hi! Oh, 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 oh! Ich hab einfach den mit Meisenschwert gefehlt! What's up! Ich hab Meisenschwert! Hast du irgendeine Rüstung für mich? Okay! Wo ist die Lederjacke? Guck mal, helf mir mal! Hier, komm her! Komm her! Flo, ich hab den mit Meisenschwert gefehlt! Ja, danke Flo! Weißt du? Hier! Hä, die hast du anscheinend schon aufgesammelt! Oder irgendein anderer! Vielleicht hat Flo die! Keine Ahnung! Flo, hast du die Lederkappe? Guck mal! Äh, die Lederjacke! Äh, der ist am Telefon! Flo, bist du noch am Telefon? Hä, nein, der rennt hier! Warte, da oben ist noch ne Kiste! Die hab ich, die hab ich! Ja, okay! Ja! Wo bist du jetzt? Äh, hier weitergelaufen! Wo seid ihr? Hier! Warte, wenn wir uns noch Flo waren! Flo steht doch! Boah, Junge, Alter! Ja, das war ein guter Kampf! Leider hab ich die nicht gesehen! Ich hab den einmal fettgekommen, ey! Leider hab ich die nicht gesehen! Und damit ist der auch nicht die, der aufnimmt! Jaa, aaa, aaa, aaaaa, aaaa, aaaaa, aaaaaa, aaaaaa, aaaaaa! Ich heu Schritte! Oder sind das deine Schritte? Da ist gerade meine Taste! Okay, warte! Wir müssen uns gar nicht konzentrieren! Nur komm gleich! Ey, Tobi, gib mir das Eisenschwert, los! ich habe gehört die Stadt so die ganze Zeit okay kommt ich weiß ich hab mich ja kurz bewegt äh ich bin ein Flur der Weisheit aber danke die Rolle und Torben Prozent der Atme gesagt ich soll dir richtig eine klatschen weil die Scheiße äh ne warte wir müssen ja das weiß ich auch naja dass sie um mich daran erinnern Prozent um und scheiße jetzt haben wir natürlich viel Zeit mit Kisten Jörg an und sei es aber die Röhrer machen das mit einer Holzachse ist einfach bis ins Deathmatch lassen wir ja auch mal OECO mal ihr habt mich das mal die Gäste lassen wir jetzt erst machen mit dem Holz mit einer Holzachs gewinnen die Art Donner macht dort oben die spielricht er ist nichts kommt mit die Achterbahn langlaufen da sind glaube ich Kisten Dürr Dürr die Welt zu den Looping Bastian da ist der Kiste das schaffen wir wir sind so schnell wie schnell ich habe goldstiefel und leider wer als erstes runter fällt so ein kommt auch mal hier sind ganz viele kisten kommt zu mir kommt zu mir hoffentlich die goldstiefel ich habe richtig viele ich habe richtig gute items da 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 kann sie können wir da warte mal hier goldhose hast du noch einen brustharnisch irgendwie leder oder so nix der tobi hat mal eben einen geworfen aber dann ist er auf seltsame weise verschwunden torben hat ihn geklaut na ich habe mir gerade einen goldharnisch angezogen weil ich vorher keinen hatte ihr nobs sind mit uns wo ist er auch nicht lasst ihn suchen er hat geschrieben ich will doch so gerne einmal die achterbahn machen nein jetzt kommt man hat keiner anhaaren schon Ui Puh Puh Du ist immer so schreckhaft ne ich hab noch nicht mal gezückt Ah Äh Eisenrosa Eisenrosa und Heulschwert 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 Ja Ok du du darfst die Eisenscheiße haben Eisenchescheißer Eisenchescheiß Hier ich ich Ne die nehm ich Oder nein gib die Torben Torben besser baby Gib die Torben die besser aus Du kriegst das Nein du musst mir nur die Eisenchescheißplatte geben genau Nein du bist gerade direkt gestorben gib die Sachen am Busscheiß Ja weil ich mich für euch geopfert habe Hä der ist einfach stehen geblieben als ich meinte raus aus dem Wasser Ja nein Tobi ich bin nicht Du hast gesagt kommt ins Wasser dann bin ich da rein Ja und dann weil ihr aber zu spät da wart Ich war schon viel weiter ich gehe und nach oben Ich war schon viel weiter vorne als ihr Irgendwie so halt in einem Level irgendwie so Ich hab mich nicht gebrochen Nee gar nichts aber ich brauch Food Ich hab ein Feuerzeug yes Ich brauch Food 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 Essen hab ich Ich hab ja ich hab ein bisschen Ich hab nichts Ja Tom komm Ich hab noch ein gespanntes Blühnchen Hat wer nen Bogen? Nee Oh nice Ich hab Essen und nen Bogen Ah Bogen Wer möchte nen Bogen Ja ist mir egal ich hab den Bogen gerade gefunden als du es gesagt hast Ja komm mir ist das scheißegal Ja dann komm Tom gib mir den Bogen du kriegst nen Heiltrank Dankeschön das ist ein guter Tausch Ich nehm einfach beides Ja Aua was kann ich denn dafür auch Stöcke Ich hab übrigens auch Stöcke also wenn wir irgendwelche coolen Items haben Ich hab auch Stöcke Äh ich hab 12 Pfeile ne Ja dann geh doch dem Tobi Ja wo bist du Tobi Äh Torben Feuerzeug? Nö ich zünde mich damit immer selbst an So wie Feuerzeug? Äh ich komm damit auch nicht klar Ich hasse das Äh braucht jemand Goldstiefel? Doch Torben 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 Nur manchmal komm ich damit klar Manchmal so zum Beispiel bei Endergames oder so Dann zünde ich die an und dann hab ich gewonnen Endergames sind scheiße Ja Die Stöcke sind besser Weil es da keine Kit gibt oder was? Äh wo seid ihr? Nee weil man da nicht ständig geplantiert Ja ich geh jetzt zu den Ich hab ein Dia und ein Steinschwert Ich hab ein Dia und ein Steinschwert Oh Darf ich mir eine Schaufel machen? Ich brauch ne'n Schwert Ich brauch ne'n Schwert Hier wurden die gelootet Die Kissen Ja wir sind hier oben bei den Wasser Ey Flo machen wir so Du kriegst das Holstein und ich das Steinschwert Danke Ja von mir aus gerne hier bei dem Wasser Ich werf dir das hin Ich werf dir das hin Tobi bleib stehen Gib mir ein Steinschwert Danke Atwendiger Ja hier Ich hätte am Anfang war der in der Kiste Aber ich hab den nicht bekommen Lol hier liegt noch Eisenhelm und so drinnen Nimm ich mir natürlich Nimm ich mir natürlich Nimm ich mir natürlich Ja ich brauch noch Eisenstiefel Dann bin ich full iron Ja ich brauch noch Hosen Stiefel Then im Volliron Ja Wasserrutschen Ansetzen Tobi Tobi ist voll der Spieß da der Reinaußen Wir müssen bisschen rutschen Unds� zum Spaß habe Wir müssen Unterhaltung Und noch Oh hier Warte hier guck mal Schmacht mal Slash States Ich hab ne Siegwahrscheinlichkeit von 7,7% sind ich von 8,33 Nien ich habe von ganzem 2,5 Prozent der Flügel über die Messe Prozent Prozent ich komme mit Tobi im 1-Ziena und dann killt er mich bei der Welt an BWB oder ich Opfer mich im Tobi Echthorn in dem Zeitraum fast ich nicht einfach was mir eigentlich Opfer mich immer wir wollen wollen du hast dich auch gerade nicht geöffnet so hoch so hoch so kommen so ich habe ich ich muss überstellen so kommen Jetzt macht das doch nicht alles aus, ich wollte dich da doch reinschlagen Äh, wo seid ihr? Ähm, hinter dir Woher hast denn du das Feuerzeug? Hä, das hat mich doch nicht gemacht Duure Schlagt ihn Oh, ich hab Eisenstiefel und Steinschwerter Ich hab zwei Steinschwerter und ne Goldhose Ja, wer will, hä? Hier, das, das Ja, ich sammle einfach alle Sachen auf Ja, und Das Reporter Auch Ich wurde übrigens letztens Leute, die haben sich gegenseitig gekillt Ich wurde übrigens letztens für fünf Tage vom Server gebannt, weil ich jemanden als Honk beleidigt habe Leute, also beleidigt niemanden als Honk Honk Ähm, denn Honk ist ein schlimmes Wort, was andere verletzt Und danach hat er auch noch selber Honk geschrieben, aber ich hab kein Screenshot davon gemacht Weil es mich nicht verletzt hat Ich hab noch ein Eisenschwert Ja, haben Oh ja, jetzt kann ich die Flur anspielen Nichts Oh, kommt, hört auf Ja, mach ich Ich will Affe erreichen, wir laufen jetzt über die Bäume Komm, wann sollte ich dich schon anzünden? Außerdem geht das auf Bäume sowieso nicht, oder? Doch, klar geht das auf Bäume Bäume sind sogar höchst brennbar Äh, ja, zünde mal hier den Wald an Oho Ja, okay, mach ich Aber ich glaub, das verbreitet sich schon nicht, oder? Wenn wir ja sehen Ich hab den Wald angezündet Ich geh in die Halle rein Ich auch Äh, bleib mal hier ganz... Äh, wo seid ihr? In der Halle Äh, hier ist nix, hier ist nix Hallo Oh, hier ist ein Zug, der wurde neu gemacht, der Zug Ein Zug? Nein, wurde der nicht, der war schon immer da Nein, war der nicht Ja, hey, hey, hey Ey, hofftet auf, wenn jetzt gleich einer kommt, man Ja, okay, machen wir Ich wollte nur noch die Rache Dann sind wir als Dreier-Team-Zug Oh, zum Spawn, zum Spawn, zum Spawn Nein, Moment, Moment, hier ist ne Kiste Hier, stimmt Wo ist die? Ich geh kurz ins Flugzeug und dann direkt zum Spawn Ähm, nix Diesmal snacken wir uns die ganzen Diassen und so Ja gut, los, zum Spawn Äh, nein, warte, ich bin noch... Hallo, ich bin hier noch drin Ja, aber jetzt komm, ich weiß... Ach doch, der ist einfach in der Mitte der Map, schätze ich Komm, Tom Ich hab noch ein Gold, ähm Ach, wir sind ja quasi direkt da Aua Komm, gib Gas Wir müssen nur übers Wasser, ne? Hier voll wie Hunger Games Scheiße Okay, los Äh, da rechts sind Zeros und so weit, ich weiß Ja, wir gehen da grad drüber Achso, hä, nein, achso doch We did it Boah, jetzt haben, du bist der Beste Ja, ich renne immer zu schnell da drüber und dann Ja, ich auch Das kenn ich Nein Mann Sehr gut, Tor Ey, Leute, kommt, sonst bin ich hinterher alleine Ja, ja, wir sind quasi direkt hinter dir Ja Oh Beeil dich, Flo, mach mal schneller Hey, Junge, da wär ich ja schon... Da ist ja schon meine Oma fast da Jetzt gib Gas Gut Ey, warte an Land Verdammt, wer auch immer da ist Ja, das ist ja Flo Ja, hier ist ne Kiste Ja, hol dir Okay, komm Komm Okay, gib Gas Renn, kommst du hoch Hoch, 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 drauf Torben, wo bist du denn? Hä? Hilfe Der Spawn ist recht, die Idioten Ja, woher soll ich das denn wissen? Bei einem Leuchtturm Keine Ahnung Ich helfe die Rennen einfach hinten ins Nirgendwo Ja, bin ich Gott Ah, da sind welche Snacken Snacken, das ist einer Oh, der, der, oh, der guckt in die Kiste Boah, okay, Tobi, du machst das, ne? Wir plündern Äh, nee, kommt Ja, weiß noch einer, da kommt noch einer Okay, dann helfe ich dir Ja, nimm dir den anderen, den kriege ich Pass auf, der ist hinter dir Äh, Leute, ich kann da jetzt gerade Ich brauche Hilfe Ich hab den getötet Sorry, ging nicht schneller Ich hatte nur ein Steinschmerz Kommst du doch schnell zum Spawn Hä? Ich werde angeschliffen, Torben What the fuck Sag doch was Ja, ja, ich, es war standbild Ich würde einmal geschlangen und dann war standbild Ja, der schubst mich mit der scheiß Angel zurück Der hat wenige Leben Hä, warum schlägst du denn heute, du Wichser Oh Uhrensohn Uhrensohn, nicht schießen Söte ihn, der hat wenige Leben Äh, jetzt hab ich nen Halt, dann und jetzt bist du wieder der Arsch Go, go, Power Ranger Kill ihn einfach Oh nein, 30 Sekunden, rüste dich aus, rüste dich aus Schnell Achtung, der kommt wieder Nein, der kommt nicht Oder nee, der ist Rüste dich aus, rüste dich aus Ähm Zieh dir Eisenrüstung an Bin ich, hab ich ne Eisenbrust Doch, der kommt Der kommt, der kommt, der kommt Hinter dir, hinter dir Ich hab doch gesagt, der kommt wieder Boah, der gibt mir, Alter Du lässt dich jetzt nicht killen Nein Nein Bitte nicht Nein Nein, bitte Nein Lol, ihr wart die letzten beiden Nein Wir hatten beinahe gewonnen Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder